Das erstaunliche neue Telefon ist das Samsung Galaxy A03s. Hallo liebe Freunde, wie geht es euch heute mit einem neuen Handy, dem Samsung Galaxy A03s? Ich hoffe es gefällt euch, und nun folgen wir den Spezifikationen. Netzwerktechnologie GSM-HSPALTE Start für 2021 angekündigt, 18. August Situation bald 2021, August Gehäuseabmessungen 164,2 x 75,9 x 9,1 mm 6,46 x 2,99 x 0,36 Zoll Gewicht 196 Gramm 6,91 Unzen Dual SIM, Nano SIM, Dual Standby Anzeigetyp PLS LCD Größe 6,5 Zoll CPU, 4 x 2,35 GHz Cortex R53 und 4 x 1,8 GHz Cortex R53 GPU Power Super VG E8320 Micro SDXC Speicherkarten-Steckplatz, dedizierter Steckplatz Interner Speicher 32 GB, 3 GB RAM, 64 GB, 4 GB RAM E-M EMC 5, aggiung 3-fache kreischen, 3 GB RAM, 13 MB, F, 2,2 Weitwinkel, AV 2 MP F 2.4 Makro 2 MP F 2.4 Tiefe Funktionen LED Blitz 1080p at 30fps Video Selfie Kamera Monochrom 5 MP F 2.2 Video Audio Verstärker Ja 3,5 mm Klinge Ja COMS WLAN Wifi 802.11 BGN, Wifi Direct, Hotspot Bluetooth 5.0, A2DP GPS Ja, mit A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS NFC Nummer Unbekanntes Funkgerät USB USB Typ C 2.0 Funktionen Sensoren Fingerabdruck, seitlich angebracht Beschleunigungsmesser, Näherung LiPo 5000 mAh Akku, nicht entfernbar 15 Watt Schnellladung Verschiedene Farben schwarz und blau Weiß SaEU 0,36 Watt pro Kilogramm Kopf, 1,09 Watt pro Kilogramm Körper Der Preis beträgt ca. 130 Euro Am Ende des Videos hoffe ich, dass es euch gefallen hat und würde mich freuen, eure Kommentare unter dem Video zu sehen und euch in einem neuen Video zu sehen.